Hallo Freunde und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist ein besonderes Video. Wenn ihr das Video seht, habe ich Geburtstag und ich habe mir gedacht, dass ich mir zu diesem Anlass etwas anderes einfallen lasse. Ich habe mich da von der Dagi inspirieren lassen. Ich weiß nicht, ob ihr die Videos von ihr kennt, aber sie lädt, glaube ich, seit drei Jahren immer an ihrem Geburtstag ein Video hoch, wo sie immer die gleichen Fragen beantwortet und ich fand das so eine schöne Idee, weil das irgendwie nochmal was anderes ist als so ein normales Q&A und vor allem, wenn man das dann mit den kommenden Jahren vergleicht, wird es halt immer spannender, weil man sieht, okay, was hat sich geändert, welche Fragen beantworte ich anders und wo stehe ich gerade in meinem Leben und wo stand ich zum Beispiel letztes Jahr. Deswegen, ja, bin ich gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Ich hoffe, dass ich ganz normal weiter in YouTube machen werde, wo ich das auch immer filmen kann. Ich würde sagen, ich lege direkt los. Ich habe mir auf Instagram einige Fragen gestellt, die ich beantworten soll und ich habe mir auch ein paar abgeguckt von Dagi oder habe mir welche selber einfallen lassen, also es ist eine bunte Mischung. Ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an. Ich schreibe euch die Frage auf jeden Fall immer hier hin, dann seht ihr auch, was ich darüber beantworte. Und ja, ich würde sagen, let's go! Heute haben wir Samstag, den 14. Januar 2023 und ich habe in zwei Tagen Geburtstag, beziehungsweise wenn ihr das Video seht, heute. Ich muss sagen, ich habe momentan so ein bisschen gemischte Gefühle. Auf der einen Seite geht es mir voll gut, ich freue mich auf meinen Geburtstag, ich freue mich auf nächste Woche, weil wir nächste Woche nach Barcelona fliegen, Fabian und ich. Und ja, ich freue mich auf die kommende Zeit. Wir versuchen gerade wieder Fitness durchzuziehen, Ernährung, darauf freue ich mich und irgendwie auf das ganze Jahr. Deswegen bin ich eigentlich relativ zuversichtlich und positiv gestimmt, aber ich muss sagen, zwischendurch habe ich auch ein bisschen ein mulmiges Gefühl, weil es meiner Oma gerade nicht so gut geht und das belastet mich natürlich ein bisschen. Deswegen, ja, habe ich mal gute Tage und mal schlechte. Allgemein geht es mir aber soweit gut. Ich bin gerade noch 22 Jahre alt, aber ich werde am Montag 23. Eigentlich kann man sich das immer voll gut merken, wie alt ich bin, weil ich immer so alt bin wie das Jahr. Deswegen, ja, ich werde 23. Also dieses Jahr habe ich es so gemacht, dass ich tatsächlich mit meiner Familie vorfeiere. Ich weiß, das soll man eigentlich nicht machen. Aber dadurch, dass wir nächste Woche in Barcelona sind und meine Eltern eher auch am Wochenende können, weil die nicht direkt in der Nähe wohnen, hatte ich keine Lust, irgendwie nach drei Wochen erst meinen Geburtstag nachzufeiern. Deswegen habe ich morgen schon meine Familie eingeladen, also einen Tag vor meinem Geburtstag. Es ist meine Eltern kommen, meine Oma und mein Opa. Also mein Bruder kann leider nicht, aber meine Schwester kommt und meine Tante und mein Onkel. Die sind auch zum allerersten Mal hier bei uns in der Wohnung und ich freue mich sehr. Die kommen morgen, essen gemütlich zusammen. Es gibt paar Snacks, Kuchen und so. Ja, also ganz entspannt. An meinem Geburtstag selber, also am Montag, starten wir erst mal gemütlich in den Tag. Fabian und ich haben uns bei My Wellness so eine Suite reserviert. Das ist, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, das ist so ein Saunaschwimmbad. Und ja, aber wir hatten noch ein Gutschein davon. Das heißt, ja, wir starten erst mal ein bisschen mit Wellness und vielleicht gehen wir da was leckeres essen, so brunchen und abends feiere ich da mit meinen ganzen Freunden. Ich habe eine Bar reserviert und ja, wir sind, glaube ich, sogar 23 Leute und ich muss sagen, ich freue mich voll, weil durch Corona habe ich die letzten Jahre nie so richtig meinen Geburtstag gefeiert und auch letztes Jahr durch den Umzug ist das alles ein bisschen untergegangen und deswegen freue ich mich mega, meinen Geburtstag zu feiern. Ich habe das erste Mal so richtig so eine Geburtstagswoche draus gemacht. Ich habe mir halt Urlaub genommen und ich freue mich voll. Ich zähle Barcelona auch noch irgendwie zu meinem Geburtstag. Also ja, ich freue mich auf die ganze kommende Woche. Und ich habe aktuell, ich blende euch das auch immer ein, auf Instagram 8.916 Follower und auf YouTube, einen Moment, YouTube sind es ein bisschen mehr tatsächlich, da habe ich 11.987, also fast die 12.000. Ja, und ich freue mich auf viele weitere. Und da muss ich gerade mal gucken. Ich glaube, es ist irgendwas von Silvester. Ich muss sagen, ich poste leider ein bisschen zu wenig. Ja, ich blende es euch ein. Wir waren in Silvester in so einem richtig nice Airbnb. Da habe ich auch das Foto aufgenommen. Das Kleid habe ich sehr gefühlt. Ja, das war mein letztes Foto. Und das war, glaube ich, auch von Silvester, der Vlog. Ich muss gerade auch mal schauen. Yes, es war der Silvester-Vlog. Jog Eve in Brüssel, Clubbing mit den Lauris, meine drei Lauris, ich heute nach dem Feiern. Also wer es noch nicht gesehen hat, guckt es euch an. Es ist echt ein richtig lustiger Vlog geworden. Da habe ich auch wirklich gar keine Ahnung. Das muss ich jetzt auch direkt mal nachschauen. Das ist das mit Sarah. Das war an Halloween vorletztes Jahr 2021. Da war ich Engelchen und sie Teufelchen. Es hat 6.210 Likes. Ja, ich bin in einer Beziehung schon seit fast vier Jahren mit Fabio. Wer meine Videos kennt, geht es ganz sicher auch Fabio. Und ja, wir sind sehr happy. Nein, mein Hand ist noch frei. Ich bin noch nicht verlobt und auch noch nicht verheiratet. Nope. Ich bin nicht schwanger und ich habe auch noch keine Kinder. Leute, wenn ich mir vorstelle, dass ich vielleicht irgendwann dieses Video nochmal drehen werde und sagen werde, ja, ich bin verheiratet oder ja, ich bin schwanger oder ja, ich habe Kinder. It's crazy. It's crazy. Aktuell leben wir in Köln in unserer ersten gemeinsamen Wohnung, in die wir Anfang letzten Jahres gezogen sind. Also wir leben jetzt genau ein Jahr hier, haben wir alles renoviert und haben es uns hier richtig schön gemacht. Ich arbeite im Kosmetikstudio in Köln am Brudersplatz bei Mörder Mona Lisa. Und ja, ich bin Kosmetikerin, wie wahrscheinlich jetzt klar ist und Teamleiterin und ja, ich bin gespannt, wo die Reise dieses Jahr noch so hinführt. Und ja, nebenbei mache ich YouTube, Instagram. Also ja, bin noch selbstständig mit Social Media. Ich würde sagen, dieses Jahr hat sich sehr, sehr viel in meinem Leben getan. Also es war ein sehr großer Umbruch, dass ich zu Hause ausgezogen bin, was einerseits natürlich irgendwie traurig ist. So, das ist der erste Schritt von zu Hause weg, von der Familie weg. Aber ich muss sagen, ich ziehe daraus mega viel Positives. Also zum einen, es ist halt mega schön, mit Farbe zusammengezogen zu sein, weil wir haben sowieso schon sehr viel Zeit vorhin mal verbracht und sind deswegen immer sehr viel mit dem Auto hin und her gefahren. Und es ist einfach ein sehr schönes Gefühl, zusammenzuziehen, nicht mehr den Stress zu haben und so zusammen in einer Wohnung angekommen zu sein und das Leben mit dem anderen zu teilen und zusammenzuwachsen und noch ein stärkeres Team zu werden. Das war so ein sehr, sehr schönes Erlebnis und ich muss auch sagen, auch wenn es schwer ist, von zu Hause auszuziehen, hat irgendwie das nochmal meine Bindung zu meinen Eltern und meinen Geschwistern gestärkt. Ich hatte schon immer ein super Verhältnis, aber irgendwie weiß ich es jetzt noch mehr zu schätzen und ich vermisse meine Eltern, ich vermisse meine Geschwister und schätze jede Zeit, die ich halt mit meiner Familie verbringe. Und das war irgendwie eine schöne Erkenntnis, deswegen würde ich sagen, so der Auszug hat sehr, sehr viele verschiedene schöne Sachen mit sich gebracht. Boah, das ist echt eine gute Frage. Also eigentlich würde ich sagen, finde ich es sowieso immer ein bisschen schwierig zu sagen, dass man was bereut, weil letztendlich alles, was passiert oder was man gemacht hat, macht einem ja zu dem Menschen, der man ist und eigentlich lernt man nur draus, auch wenn man immer Fehler macht. Deswegen versuche ich immer, nicht mit der Einstellung ranzugehen, etwas zu bereuen. Und ja, ich muss auch echt lange überlegen, weil in diesem Jahr ist so viel passiert und ich bin eigentlich viel mehr Sachen stolz auf mich, als dass ich irgendwas bereue. Wenn ich irgendwas bereue, dann würde ich vielleicht sagen, ich hätte ein bisschen mehr auf meine Gesundheit achten sollen, mehr zum Sport gehen sollen. Also ich bereue ein bisschen, dass ich nicht so diszipliniert war letztes Jahr. In dem Jahr ist das nichts in dem Sinne passiert, wie irgendwie jemand hat ein Kind bekommen oder so, so extreme Momente. Aber es sind halt generell viele schöne kleine Sachen gewesen. Also ein schöner Moment war wirklich so dieses Zusammenwachsen mit Fabio. Also es ist kein Moment, das ist ja eher ein Prozess, sage ich jetzt mal. Ich würde sagen, noch ein schöner Moment war, als ich das erste Mal so meine Familie, also meine Eltern, meine Geschwister, Oma und Opa oder auch meine Freunde zu uns nach Hause eingeladen habe. Und ja, wir die Gastgeber waren, für Essen und Trinken gesorgt haben und einfach mal andere Leute einladen konnten und allen zeigen konnten, ja, was wir aus der Wohnung gemacht haben. Das war auf jeden Fall ein sehr schöner Moment. Und Urlaub in Italien mit Fabio war auch sehr schön. Da gab es viele schöne Momente, aber ja, ich würde sagen, die drei Sachen waren somit am schönsten dieses Jahr. Ich muss sagen, dieses Jahr waren es nicht so viele verschiedene Orte in dem Sinne, weil dadurch, dass wir die Renovierung hatten, wollten wir ein bisschen bei den Urlauben aufs Geld achten und nicht so viel ausgeben. Und glücklicherweise hat Fabio ja Familie in Italien. Und da können wir halt immer bei der Tante schlafen, was natürlich super viel wert ist, wofür wir mega dankbar sind. Und ja, deswegen haben wir Italien bereist. Also nicht das erste Mal, wir waren ja schon öfter da. Wir waren jetzt zweimal da in 2022. Und dann waren wir im Juni, glaube ich, in Berlin zusammen das erste Mal. Also ich war schon mal da und Fabio auch, aber zusammen waren wir das erste Mal in Berlin. Und ja, das war's. Zum einen, was mich in meinem letzten Lebensjahr sehr oft genervt, gestört, traurig gemacht hat, ist meine Rheumaerkrankung. Ich weiß, seit zwei Jahren habe ich die Diagnose, dass ich Rheuma habe. Dieses Jahr waren noch mal sehr viele neue Symptome, die dazu kamen, wo ich oft mit Schmerzen zu tun hatte. Wie viel körperlich ist, was mich belastet hat, warum ich mich sehr unwohl gefühlt habe, warum ich sehr energielos war. Das hat sich so durchs ganze Jahr so ein bisschen gezogen. Ich glaube, weil es halt auch sehr intensiv war, das ja anstrengend, auch mental, hat sich das natürlich irgendwie auch in meinem Körper gezeigt. Dann zwei Momente, die wirklich auch nicht schön waren. Zum einen, dass ich erfahren habe, dass mein Opa leider schwer erkrankt ist. Gott sei Dank geht es ihm aber mittlerweile wieder besser oder es sieht zuversichtlich aus. Wobei ich natürlich jetzt auch wieder total froh bin. Aber als ich das erfahren habe, war das auf jeden Fall ein sehr, sehr schlimmer Moment für mich. Ja, auch meine andere Oma ist auch schwer erkrankt. Und ja, das war auch nicht besonders schön im letzten Jahr. Aber nein, fühle ich nicht. Es wird sich voll schlimmeren irgendwie. Oder als würde man nicht zufrieden sein. So, das ist auf gar keinen Fall. Ich bin zufrieden in meinem Leben, mit mir, mit der aktuellen Situation. Aber ich bin auf jeden Fall noch nicht angekommen. Also ich weiß nicht, was passieren muss, damit man das sagen kann. Ich kann mir vorstellen für mich selber, dass ich diesen Moment haben werde, wenn ich beruflich eine richtige Sicherheit habe. Also ich habe jetzt eine Sicherheit, aber es steht noch sehr viel offen. Und ich bin noch sehr dabei, meinen beruflichen Weg zu gehen. Und ich glaube halt, wenn man da ein bisschen mehr Sicherheit hat, auch was Finanzielle angeht, dass man wirklich sich keine Sorgen machen muss, dass man sparen kann. Und ich glaube, wenn ich noch ein bisschen mehr gereist bin, wenn ich noch mehr von der Welt gesehen habe und wenn ich irgendeine Familie habe. Ich glaube, das sind Punkte, wo ich irgendwann sagen kann, ich bin angekommen. Und ja, jetzt ist noch sehr viel Unklares in der Zukunft oder sehr viel, was mir auch noch so ein bisschen Angst macht, Sorgen bereitet, wovor ich aufgeregt bin oder worauf ich hinarbeite. Sodass ich noch nicht so richtig sagen kann, dass ich angekommen bin. Aber ich bin trotzdem sehr zufrieden mit meinem Leben, mit meiner jetzigen Situation, wie mein Leben ist. Und ja. Mein größtes Ziel ist eigentlich ganz fett meine Gesundheit. Weil, wie gesagt, im letzten Jahr das ein großes negatives Thema war. Ich möchte allgemein fitter werden, ich möchte wieder mehr Sport machen, ich möchte auf meine Ernährung achten, ich möchte mehr in die frische Luft gehen. Ich möchte all das machen, was meinen Körper gesund macht und auch gleichzeitig meinen Geist. Und ja, ich will mich einfach mehr motivieren dieses Jahr und ja, versuchen auch positiver zu denken. Alles das, was den Körper und meinen Kopf positiv beeinflusst, will ich versuchen umzusetzen. Und irgendwie ist das jetzt ein bisschen cringe, weil ich habe sowas noch nie in die Kamera gemacht. Ich habe schon mal einen Brief an meinen Zukunftsdick geschrieben, habe noch nie geredet. Ja, ich hoffe, dass es dir gut geht. Ich hoffe, dass du gesund bist. Dass einfach alle Menschen in deinem Umkreis, dass die gesund sind, dass es ihnen gut geht. Ich hoffe, dass du dich fit fühlst, dass du dich gesund fühlst. Dass es dir vor allem ganz wichtig psychisch gut geht. Und dass du viele schöne Erfahrungen in dem Jahr sammeln konntest. Dass du über dich hinaus wachsen konntest. Privat, aber auch beruflich. Und hoffe einfach, dass es dir allgemein sehr gut geht und du gesund bist. Ja, das war es mit den Fragen. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Ich glaube, spannender wird es erst wirklich in den nächsten Jahren. Ich bin selber sehr gespannt und irgendwie auch voll aufgeregt. Ich hoffe auf jeden Fall, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Ich würde mich sehr freuen. Und hinterlasst gerne einen Kommentar oder eure Gedanken zum Video oder zu dem, was ich gesagt habe. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich habe euch alle ganz so lieb und bis bald. Bye, bye.